C4-Akteur Dirk Pinot, Sicherheit 4.0, undenkbar ohne Lernkultur. Auf dem Weg zur Industrie 4.0 bevorzugt aus fremden Fehlern lernen, aber auch auf Zwischenfälle gut vorbereitet sein. Zuerst erschienen auf datensicherheit.de am 17.09.2019. Die digitale Transformation wird wohl für kein Mittelstandsunternehmen ein Selbstläufer sein. In keinem Fall ist sie allein nur eine technische Herausforderung. Menschen und Organisation sind immer in die Betrachtung mit einzubeziehen. Mehr denn je stellt sich dabei die Frage nach Sicherheit im ganzheitlichen Sinne. Und da Fehler und Probleme auftreten wären, gilt es einen pragmatischen, zukunftsorientierten Umgang mit Fehlern zu finden. Tirk Pinot, DS-Herausgeber und Gründungspartner des Clusters Industrie 4.0, geht in seinem vorliegenden Impuls auf Aspekte betrieblicher Lernkultur insbesondere in mittelständischen Unternehmen ein. Aus Fehlern lernen bevorzugt aus Fremden. Niemand kann perfekt sein, wer handelt und das sollten Unternehmer ja gerade tun, machen irgendwann auch Fehler. Pinot mahnt, es geht nicht darum, diese zu leugnen, sondern mit ins Kalkül der betrieblichen Sicherheit einzubeziehen. Beim Eintritt von Krisen oder gar Katastrophen besteht insbesondere in Deutschland oft die Neigung, nach Schuldigen zu suchen, anstatt schadensminimierende Lösungen zu finden und einen schnellen Wiederanlauf zu ermöglichen. Pinot rät, wenn bei Ihnen ein signifikanter Fehler auftritt, fragen Sie also nicht, wer hat Schuld und muss abgemahnt, entlassen, verklagt werden, sondern insistieren Sie, seit wann wissen Sie davon und gegebenenfalls auch noch, warum erfahre ich das erst jetzt. Lassen Sie es zu, dass Fehler gemacht werden können. Prävention und Früherkennung sowie Notfall- und Wiederanlaufplanung Indes sollte niemand bereits gemachte eigene oder fremde Fehler wiederholen, sondern gönnen Sie sich, wenn schon eigene, neue Fehler, so Pinot. Denn noch schlimmer als fehlerhaftes Handeln sei fatalistisches Nichtstun. Das eigene Unternehmen sollte durch den pragmatischen Umgang mit Fehlern quasi immunisiert werden, um Krisen effektiv und effizient zu bewältigen und Katastrophen zu vermeiden. Pinot betont, dass Sicherheit und Risiko eine Einheit bilden. Ähnlich wie bei Chancen und Risiken gäbe es keine Rosenpickerei. Das Risiko beschreibt demnach die Möglichkeit bzw. sogar die Wahrscheinlichkeit, dass gesetzte betriebliche Ziele nicht erreicht werden. Neben den Zielen z.B. der erfolgreichen Forschung und Fertigung, gehören auch der Schutz der Betroffenen vor Verletzungen ihrer Gesundheit und Integrität und heute selbstverständlich auch die Schonung der Ressourcen und Minimalisierung der Einflüsse auf das Umfeld bzw. die Umwelt mit dazu. Bedeutender als die sklavische Fehlervermeidung sei die möglichst frühe Fehlererkennung im Kontext einer auf Stabilität und Resilienz zielenden Prävention neben regelmäßig erprobter Notfall- und Wiederanlaufpläne. Sicherheit im 21. Jahrhundert zu thematisieren, heißt laut Pinot auch, Aspekte der Qualität, der Effizienz und Effektivität, der Datensicherheit sowie des Datenschutzes und auch der Nachhaltigkeit zu behandeln. Pinot stellt klar, Sicherheit auf allen Ebenen sei Chefsache. Diese Verantwortung sei nicht ohne weiteres zu delegieren, weil Reputation und Vermögen der jeweiligen Institution unmittelbar betroffen seien. Mit Verschärfung der Haftung der Leitebene sei zu rechnen. Zur konkreten Umsetzung von Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sollten dann natürlich gegebenenfalls auch externe Experten und Diensteanbieter herangezogen werden. Warum sie sich auf den Ernstfall bzw. Stör- oder gar Katastrophenfall vorbereiten müssen, verdeutlicht das oft kolportierte Murphy's Law. Anything that can go wrong will be go wrong. Die Bürger bzw. Verbraucher sind heute mehr denn je sensibilisiert. Zumal im Zuge der intensiven Nutzung sozialer Netzwerke lassen sich heute Qualitätsmängel oder gar ernste Sicherheitsverletzungen bzw. Schadensfälle kaum noch Geheimheiten. Die Vorbereitung einer entsprechenden Krisenkommunikation sowie die Bereithaltung von Notfall- und Wiederanlaufplänen seien überlebensnotwendig. Anstatt das Thema Sicherheit als Zwang aufzufassen, sollte sie als Wettbewerbsvorteil deutscher bzw. europäischer Konzepte und Produkte auf dem Weltmarkt verstanden werden. Wer die Technikführerschaft anstrebt und halten will, muss ein Höchstmaß an Sicherheit bieten, so Pinno. CE4 bietet 2019-2020 Spezialseminare für Entscheider mittelständischer Betriebe. Zur Sensibilisierung der Entscheider in den Unternehmen müsse auf dringliche Herausforderungen oder gute Gefahren eingegangen werden. Die Intention dabei sei aber, den Betroffenen einen Korridor des Handelns aufzuzeigen und sie zur Tat aufzurufen. Dazu müsse es aber ein betriebliches Zielsystem und eine im Alltag gelebte Unternehmenskultur geben, unterstreicht Pinno. Für Inhaber, Geschäftsführer und Bereichsverantwortliche aus mittelständischen Betrieben, KMU und Non-Profit-Organisationen bietet das Cluster Industrie 4.0 über sein Expertennetzwerk ab Herbst 2019 regelmäßig Spezialseminare an verschiedenen Standorten in Deutschland mit den Schwerpunkten organisierte Sicherheit, Digitalisierung und Vernetzung sowie sichere Transformation Ihres Unternehmens an, eingerahmt von einem Vorabend-Workshop und einem Beratungstag mit individuellen Anschlussgesprächen. Taghaftes Abwarten einerseits und aktionistisches Handeln andererseits seien fatal. Es geht um ein zielorientiertes, bewusstes und kontrolliertes Vorgehen. Jeder noch so lange Weg beginnt mit dem ersten, mutigen Schritt in die richtige Richtung, ermuntert Pinno. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Clusters Industrie 4.0 und von datensicherheit.de.